ja herr willkommen mein name ist dann die rp und ich begrüße euch zurück zu let's play tells of berger durch marke lohan wir sind ein bisschen zu warm und ich dachte als atlieter themen und ist hört sich ein bisschen an wie sowas intro von tats per serie aber anscheinend doch nicht okay wir sehen der letzten folge hier durch die wo ich habe den namen der stadt schon wieder vergessen egal ein spitzennase wo sind wir auch hier wir sind jetzt gerade da okay so ein zwischenstopp später werden wir wahrscheinlich wieder irgendwo anders landen aber wir sind da in diese dingen stadt gegangen ich kann es den namen nicht sehen die sollte ein paar informationen bekommen was hier los ist wo wir unsere magilow freundin ja finden können und ja wir haben ein paar waffen gekauft und so und müssen jetzt ein paar gegner legen müssen eigentlich nicht aber will ich weil erfahrungspunkte und sachen hochleveln da wenn sie sind 36 bin ein unter level dafür wir haben gerade wieder frisch neue dinge natürlich wenn man bringt wir warten wir sind doch vor er wird auch man weniger und weniger weniger aufhören den aufhören damit er weniger dafür aber so sehr dermaßen unter oder level sind leider habe ich schon das heute geht von dem piech haben wir noch ganz schön reihe sondert okay leidmann tour pink shirt welche amphibol sachen ausrüsten amphibol gegner nicht mit schaden was erscheint reduziert wenn wir das hier lommen wäre müdigkeit wer alter mit werte was durch zwei lachen das gezeichnet ja ja gar keinen effekt hier möglichkeit nehmen wir das brennen ansturmen stand schuhe das zeichnen ja nur keine objekte an den wirten schaden ja ich glaube besser okay wird ein paar sachen gelernt trotzdem sind wir noch sehr unterlevelt aber wir sind kurz davor ein bisschen zu hochzuleveln deswegen oben nicht schlecht erde 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 naja viel auswechslung wir machen dabei sind stein gesporen macht da jetzt die kämpfe sind aber voll einfach hier mehr sachen gelernt geil dafür hat wir so dermaßen noch nicht verdammt ich dachte wir haben schon als weniger fähig gar nicht untote dafür hat wir so dermaßen unterlevel sind haben wir aber noch ganz schön rein laufen bisher höchsten schwierigkeitsgrad den wir haben wo kommen uns verteilung okay oder das sperdingen ist auch gleich hochgelevelt gut ich glaube und was er mal dann sendet der rege weg kann das waren ganz passen mein gott die zahlen da unten so viel zahlen meine wird wie wir schon hier feuer wo frisst man im nahkampf werde ich mach's jetzt weg und wer wird noch so schon ja ich kann nicht auswechslung gott ich habe jetzt nicht gesehen ob du irgendwas trocken kann ist aber noch einmal serienmeisterin florid schwer warum wir ganz im florid sachen ja was nehmen wir als nächstes lernen gestimmt habe ich ja schon abgenutzter spieler geil guck dich mal an wie schwach der ist den rüstbar aus und sehen meisterinnen ich nehme an sehen eingesammelt alten sehen ja sagt mir die magie mal und sagt und sagt und sagt ich habe geworfen weg von mich und feuerspuck tut mir leid für dich dann wollen wir auch ein also erfahrungspunkt 270 das ist wenig neuer kochlevel juli auto kochen bis das vier ok war das sind so sachen dann nicht auf den arbeiten muss kannst du die kratzbare drohe ich habe jetzt voll viele lernen geschwindigkeits hoch dinge ausgerüstet ich habe keine wenn wir jetzt mein ding mehr abgezogen meine seele ich war gerade hier schön als absorbieren also dafür dafür weiß ich drei vier level unterlebt sind 36 wir sind das 27 der welt war machst du eigentlich ja ich sehe ich die ganze zeit die die ganze zeit mit einer p bei dir wenn wir dann immer als voller hochgehalt staatliche kraft das ist sehen welche staatliche kraft mit oder mehr sehen r2 während schmerzteilung gedruckte halt um staatliche kraft zu aktivieren diese fähigkeit verlängert die dauern von schmerzteilung für vier sekunden wird verhindert das staats kann kein bei gegner enden das gestalt kann bei gegner enden wird die gegnerische staunenzeit verlängern und die fallgeschwindigkeit verlangt und was so kann die gruppe kommt mit arzt verketten ok ich glaube ich nehme ein paar gegner hier mit jetzt ein paar wir haben ein bisschen ruhig die man hat hat gemein hat wirst du hast mehr magie ok wie naja ja ich weiß werfen bitte noch ein ding im ziel ist die gegend aber ich habe so viele sachen jetzt hier versorgen dass ich jetzt schneller meine dingens auflade ja komm mal ich muss auch einmal aktivieren und wird sich schon fast voll halb voll hochladen oder voll krank unsere füße sind das level up kata vom streue schüss werde ich schon irgendwann da reinpacken erst mal ein paar gegner wieder mitnehmen ja die zauber die zauber noch mehr ok ich habe nur tod und zerstörung gesehen woher sind so gegner bei den kann ich mal richtig schnell irgendwie sachen absorbieren mars tasche jupiter tasche eine neue tasche bekommen sind eine gucci jetzt hier ablegen aber ich habe schon ich habe auch wenn ihr ermüdungsfähigkeit verlangsamen fähigkeit weil es wohl schlimmer eine beginnung oder wie man das hier auch heute da ging ich habe ich noch nicht gekämpft nager welche so ein bisschen so spät angriff macht da habe ich mich mag ich sehe nur zauber die würde daher kann ich wollte mal seine dinge zu operieren dann wäre doch da hatten sie lange drauf gibt mir aus dem leben haben wir zauber und kommen wir zauber glaubt gar nicht trainieren oder ja die meure zauber meure zauber war meint ihr so viel aufmann und ein wenig oder oder wie man am boden teilweise vergasselt ab und ein schiff decken einsetzen und spuck und alle kriegen auf jeden fall neuen level ab oder mehr so auf overkill konzentrieren anstatt irgendwie fähigkeiten einzusetzen wenn das einstelle die kämpfe sind ja komischerweise sehr schnell immer erledigt und sagt was geht bei gott da habe ich jetzt mit alle von ihnen treffen warum konnte nicht alle sterben waren alle an einem ort war irgendwie ein schwarzes loch oder irgendwie so hat nicht wichtig jeder material jetzt allein an ort sehr gut so hat mich aktiviert so ein bisschen oberkill sind wir so stark ich noch mal anmerken ich bin fast irgendwie zehn level unter denen und wir vernichten die oder ist schon von beiden gesehen oder nur anmerken sind so zehn level fast unter den wir zerstören ja ich muss noch nicht abbekommen ja noch mal die magie absorbieren ich bin ja damals an markenbo steuer und flächen angefallen setzte kann natürlich auch sein vielleicht und ich tue meine ganzen seelen angefangen wie blöd jetzt brauche ich deswegen die ganze zeit hier sehen punkte wir haben diese zahl hier heißt da eigentlich reiste nochmal naja ich habe da drei dinger die müßte gar nicht so gut wie nix ab und noch wenn mich die garten eine liebe die schon fast professionell aus weil ich ja machen oder war mal gelobt noch mehr neue sachen wo jeder schon glaube ich hier sachen hat bei kampf beginnen für drei sekunden und verwundt ich ja gerne mehr seelenbrecher ein kampf machen wir noch mit magilow hier auch noch auflevelt also ich glaube es ist immer noch ein kampf Ich habe es mit den heutigen Schrauben zu sagen... Ich wusste mir vor, dass ich mich daran überrascht bin, aber ich war jetzt mit mir ein kleines B-Wir sein. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Wie ist das? Ich kann das nicht unbedingt sagen. Ich kann das nicht sagen. Was ist das, was ich? Beispielsweise, dass ich welche Fähigkeiten habe, welche Fähigkeiten der Welt der Welt, welche Fähigkeiten der Welt, welche Fähigkeiten der Welt. Ja, ich will das. Dann kann ich mich sehr gerne erzählen. Ich bin ein Fähiger der Welt der Welt der Welt. so die Fähigkeiten der Welt der Welt. Wie setzt das Fähig an alles aus? Wenn man die Fähigkeiten der Welt des Stärkigen, wird er Kraft, auch um ein Fähigkeiten zu verbessern. Das ist ein Fähigkeiten mit einem Fähig. Soll es eine Fähig. Ich kann es nur ein Fähig werden lassen, Nämlich! Das Wort ist, zu einem Trauma der Welt. Was ist das Trauma? Das Wort ist das Wort. Man kann es auch eine der Grunde erwartene Anisalte. denn er hat ein paar probleme diese kühe hallo magi wir uns bei uns sogar nach landfraus spinnen das bin und lang sind fast das gleiche ich habe mich zwei gedruckt aber es gemacht wahrscheinlich braucht dafür den dingen ist eine seele nahmleger ich weiß gar nicht warum ich dann immer nachgucken ich will es einfach nur wissen im fondat noch mal 2000 haben nur ich muss nicht da oben lang also gehen wir da oben lang wo es mal irgendwie sollte ich auch mal benutzen aber ist immer so eine sache bei mir hinter aufspielen wenn die sie so wieder so auftauchen wie in tessis hysteria immer wieder dann kann ich die ja einsetzen sobald ich irgendwie überfluss davon ab weil es jetzt nicht so als ob ich jetzt irgendwie notwendig habe ich habe ja ja noch ganz offensichtlich durchzukommen durch das spiel ohne probleme außer wenn wir so ding es begegnen mir so mini bosse die sind langsam ein bisschen schwierig sollten wir vielleicht mal zu einigen zurückkehren ich habe das gefühl ich bin jetzt schon ganz schön stark und ich meine immer noch auf die erste truhe die irgendwie geheimer gegner ist oder so so eine mimik oder irgendwie so weit hinterher ist es hier ja was wir merken welchen von diesem füchern nicht voll einfach erledigen kann ein angriff und jetzt sind schon irgendwie so ein viertel von denen ab ich habe einmal nur licht gesehen und und dann habe ich es ja wird hypnotisiert von maria oder von den karten so muss die amphibolingens hier ausrüsten du hast du hast du hast mich gefragt die exaktion ist zurück er ist noch mal unser exekollege auf dem schiff hat wenn man mit dem ich wollte er noch fertig machen sind von dem auf dem weg will die aussage ließen mal auf einmal hinter mir ja 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 auch ja die ganze zeit nur versengte klinge einsetzen klinge 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 so mal sagen wir schon bei naruto krono zu dieser feuer weil du das heißt auch kackt hin oder okay wird was sagen pinguine hat immer auf die reaktion von schädlinger an diesen ort kommt und dann auch für die reaktion von schädlinger an und dann kommt es auch mit einem neuen Mann und dann kommt es ein Mann aus. Aber wie kann es so ein Mann aus? Was? Was... Oh! Also, die sind die Räume, die ich nicht so richtig kennenzulernen. Die Schädlinge sind in der großen Kacken in den großen Kacken. Das ist ein bisschen süß. Ja, das ist ein bisschen wie ein Kacken. Das ist ein bisschen so ein Kacken. Was ist mit den Schweren? Hä? Ich denke, wie man sie ist. Wie man so wichtig mit einer Schweren... Das ist wirklich Koffer, aber es ist sehr gut. Das ist ein Kofferchen und Püch-Püch-Tamag. Die Koffer-Koffer-Konferenz-Konferenz-Konferenz-Konferenz. Sehr gut. Ich bin nicht der Schweren zu schweren! Ich habe es sehr gut gemacht, aber ich habe es jetzt nicht gehört. ich will aber immer noch wissen wie die gemacht werden kläre uns auch für die leute die es nicht wissen nächstes gewinnt und da ist der stern und nein wieder ganz schön schnell ja und da habe ich schon wieder ein gegner eine stufe rot gegner nein nein da will ich mir natürlich nicht vorknöpfen können weil zu stark leiten sich ein boss glaube ich ja okay den muss kommt müssen wir auch nicht mehr machen weil neu in dem part 37 erde ok hat er noch geklappt doch so hingezielt ja ich habe eingedrückt entschuldigung naja um stempst die rolle bitte die sind denn der alte falsche box serie aufpassen gar nicht zu viel dinge ist einsetzen ich glaube eisen ist nicht so eine gute wahl ja ich kann ja nicht auf den bauer wir sind alle vergeben weil mit der erster boss hier wieder seit kurzem zaubern sagt mir das gibt kann ich nicht töten aber das gibt kann ich töten nein ich muss ja ein bisschen trainieren ja voll auf die frisse hat jetzt verdammt lang ist auch mal so gefühlt ich brauche gut damit ich ihn aus wechseln kann ja auch die mystik aus geiler hat tausend leute ich muss sie einpacken und wer wird was soll ich habe keine wind erde angefangen naja ein bisschen lädieren ja und sagt mein gott was ist hier los auch waren wir waren so kurz vor 100 da war gut aber jetzt setzt er damit weg von laffi schüchtern wir sind noch zehn unternehmen wie kann man so stark sein leider allerdings aber selbst eine wüste gar nicht nein wir sind jetzt kurz am freck nein seine mystik ein verdammt reisen aber eben bringen wir leider nichts das wird ja sehr stressig noch nicht getroffen was macht jetzt jetzt mal jemand seine mystik aber wenn ich war seine alle haben ja drei dinge am kopf gekauft man ich komme jetzt so gar nichts so gut war jetzt ich komme jetzt so gar nichts mehr müssen uns ja voll erst mal rein kriegen aber ich sollte für ja alter jetzt hätten wir den wieder kommen ja schon fast professioneller kampf was mich um 100 geheilt geil noch mal noch mal wird das jetzt so bringt mit ihm so viele dinger zu haben das kette dem da bin ich reichen weg von mich ich dachte einfach nur zweimal einsetzen was macht ihr denn jetzt ja was hat denn kaputt noch ein bisschen alter tag haben wir gerade noch mal ein level abkommt vielleicht nicht der schoss gegner wo er jetzt glatt sie gewählt den kauf normal schwierigkeit oder höhere eine zufälligkeit herrn vorderging am opfer blabber war und geflügelte gegner schafft ein paar acht treffer kommen oder höhere hören sie wenn wir zwei sehen okay aber auch so viel schon werden und gewähren zwei seien nach der verwendung es mag aussehen als bräuchte man okay es gibt mehrere mit drei oder mehr sehen während der ist luftschwung von der kolische härte gedrückt halten um drachensprung sollte wieder auf dieser weise folgt nach dem eisen bei draconische herde gelandet ist ein vollgang von eisen hält die gelegenheit aus dem sehen mich eine kombo zu machen da war ein geiler kampf wie er für donatische socken dass er ist der schock antergang grimoire da noch mit der kutung hatte sagst du dann da Oh, wer bist du? Velvet, du kennst dich. Ah, so. Grimonee, du bist du? Du bist du? Oh, du bist du. Du bist du. Du bist du. Wie ist das? Du bist du, du bist du. Und? Ich bin ein kleines Feindler. Was soll ich sagen? Du bist du anderen? Das ist sehr ein kleineres Thema. Well, das ist klappt. Ich habe es nicht bei uns. Danke. Ich sag mal, Grimonee, du hast etwas gesagt. Ich arbeite so. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es nicht verletzen. Wenn du mit deinem Gefühl hast, dann kannst du das. Wenn du mit deinem Gefühl hast, dann kann ich es nicht verletzen. Ich glaube, dass du mit deinem Gefühl hast. Wenn du mit deinem Gefühl hast, dann kann ich es nicht verletzen. Was ist das? Ich bin ein bisschen nervös, aber ich bin ein bisschen nervös. Ich möchte mich für die Arbeit machen. Ja... ... 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 Du kannst dir das nicht erzählen? Was? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht erzählen. Wo ist die Sprache? Das ist das, Grimo. Du musst nicht mehr. Ah, ja. Du musst nicht mehr. es ist nicht so nervig bieten vor schon mal sehr gut okay immer neue ich werde wahrscheinlich zum speichern jetzt mal zurückkehren ja klar ihr teleportiert euch kann ich überhaupt zurück warum nicht muss speichern hallo oder würde ich sagen ich bin dem partier und ja wenn dem party und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder von let's play hält auf der serie geht mir kommt mir nicht zu nahen verdammt ich bedanke mich als ich für zuschauen und sage dass man sich an ort finden sage tschüss bis zunächst geht er weg von mir so hier hier kommt mir niemand hin und bis zur nächsten folge